was geht leute wir sind sie hier von dualcore und es ist mal wieder zeit für ein neues pack opening und zwar ghost from the past und man sieht den natürlich so wunderbar und nicht nur das wir verlosen zwei stück wir haben hier vier liegen und zwei werden wir davon verlosen und naja ja hier seht ihr sie gerade ich blende die mal ein hier so und zwar haben wir wie gesagt zwei stück zu verlosen für euch also jeder also zwei gewinner gibt es in dem fall jeder kann eins gewinnen und die anderen zwei die werden wir jetzt öffnen um auch ein bisschen einblick in die karten zu sehen aber falls ihr noch mehr gewinn chancen haben wollt ihr könnt gerne bei unserem sponsor vorbeischauen der der hanu der wird am wochenende auf youtube auch noch eine verlosung starten den link dazu ist unten in der beschreibung auf jeden fall könnt ihr bei dem vorbeischauen also link vom kanal samstag oder sonntag ist uns gerade nicht ganz bewusst aber auf jeden fall am wochenende und ja sonst fügen wir es noch mal hinzu genau und die verlosung geht wie immer eine woche also das heißt bis zur nächsten woche ja das ist in dem fall haben wir heute freitag ja bis zum nächsten freitag werdet ihr dann hier die packs verlost beziehungsweise aufgelöst so herum und ja dann würde ich mal sagen fangen wir mal an tun wir die beiden mal weg für euch genau und wenn ihr euch jetzt denkt alter verlosungen auf diesem kanal ist ja mega nice dann lasst doch mal ein like da und ein abo falls das noch nicht getan genau wird nice so können wir jeweils schon mal reißen wir die dinge auf aufreißen obwohl die sind schon sehr am glänzen die dinge bist auch manchmal auch damit ja das ist jetzt schon ein bisschen viel plastik ja das ist das wird oft gemängelt bei den beiden ja also das können sie schon sehr schöner gestalten jetzt schöner umweltbewusst ja aber ich finde es sehr sehr lustig wie die aussehen weil es einfach doch sehr sehr hell sind ja dark magician firewall dragon und den guten bls link genau das sind ja auch mal so gut finden können weil die ghostware senkt den preis jetzt nicht wirklich und ich nehme einfach mal recht heraus aber es ist jetzt schon eine weile her gewesen dass das letzte mal was geöffnet worden ist also die ganzen setze war jetzt über einen monat her da ist die kamera so update jammer ich habe eben noch von gesprochen dass ich den doch ganz gerne hier rausgezogen hätte da haben wir schönes teil dann die kosmol dunkel dame genau die hat auch mal ein reprint nötig gehabt so das ist okay und jama land und dann dracheneinheit waffe gram ja und das war es dann auch schon ja ist soweit in ordnung das ich mache meine packs auf die letzte an soll angeblich auch immer die haben wir die schauten oder die bessere karte sein die halt in der große erst oder halt eine short print wie ich glaube ich schon gerade gesagt so hier seht ihr nochmal einmal die wunder synchro fusion resonator ruft das war jetzt ein bisschen nicht so relevant für die ja gut schlechter reaping sage ich jetzt mal weil habe ich noch nie gesehen dass man sie mit gespielt hat cosmo joy denn schrecken von trichota das ist ja für die eisbeere quasi die falle dies in ordnung aber in holen auf jeden fall sehr nice und dann als nächstes den überfall raptor tribulanz lancius so die überfall raptor haben jetzt nicht unbedingt die besten namen so dann nehmen wir den guten bls weil bls viel cooler ist den s wollte ich eigentlich mal haben aber hatte ja doch keine lust ja das wir hatten uns den ja mal gekauft ah der basterdrachen das ist für wie viel haben wir uns den bs mal gekauft ich glaube 15 euro irgendwie für 50 oder so verkauft war schon nice also der preis davon ist schon krass gestiegen dafür dass es naja nicht so eine krasse karte ist ja das ist schon ziemlich gut muss man also finde ich zumindest so ja der basterdrachen der ist auf jeden fall sehr gut guter reprint der war ja vorher relativ teuer so 15 euro circa ja kommt das hat sich auf jeden fall gelohnt für uns dann metallfose stalen stelen oder wie auch immer man ja auch sprechen soll ja ist okay dennis wird sich glaube ich freuen parolus k so dann der drachenkönig von atum ja gut ne priesterlich ist ist okay das thema aber ja die karte hätte sich sein müssen würde die dann sicher sicherungssekretärin ist okay aber naja und ihm das ist auf jeden fall einer der schöneren und besseren karten die wollen wir auf jeden fall sehen so was ja das in ultra kann man das doch sehr gut nehmen klar hat die jetzt schon ein paar ribbons gehabt aber man kann ja nie genug bekommen von den karten und ihm die ist immer eine gute karte also genau warum nicht so da haben wir einmal das federvieh für salamgate ganz nice ist jetzt nicht der ja nicht zeitgemäß eigentlich wäre schöner gewesen wenn das so vor ein zwei jahren gewesen wäre das ist korrekt das ist korrekt dann wäre das wenigstens neu gewesen so aber gut denn den sonnenkrankenwache ich habe den tatsächlich noch nie gesehen aber es kann auch gut sein dass die aus dem neuen arktype ist naja denn die zeitdieb ja per per petur ähm ja die ähm hat er vorher auch schon holo print jetzt hat die in ultra print auch sehr nice denn der das flash oder schwallmagier auch sehr schön in ultra die wird ja oftmals auch in cyberstack gespielt und die letzte karte einmal der legati legatius legatius ich sehe da so schlecht stehen legatius legatius das blendet so so gut nur noch zwei packs haben wir jo so hier äh so da haben wir die kamera so sollen äh sonnenballon dreierst oder so ja das ist dieser neue ja das ist so ein anime arktype denn es hat mal probiert ja er ist nicht so ganz von ihm begeistert das ist mehr so control basiert aber irgendwie ja also zumindest die linken monster sehen so aus wie naja entwicklungen die irgendwie immer größer werden es erinnert irgendwie an pokémon dass es irgendwie so quasi so eine gewisse evolution durchgeht aber es ist einfach nur ein baum der immer größer wird so dann haben wir zeitdieb in betriebnahme ja äh ne ja die zeitdieb kriegt so nach und nach seinen ganzen akzeptarten ist ganz schön dann nochmal priesterliches siegel der reflektion nochmal ein priesterlich kram ich glaube danach hat irgendwie gefühlt keiner gefragt aber nun gut oh gott laval vulkan äh dienstmädchen wer spielt noch bitte laval da war naja okay ist äh ja vielleicht passiert ja irgendwann mal was damit und himmel des äh der sternenritter genau das ist hier ein neuer arktype der hier rauskommt ähm ist okay es dreht sich glaube ich um den drachen serenju oder wie auch immer die karte heißt ist äh ne ein ganz altes vanilla monster ähm ja das arkitech dreht sich quasi darum die äh den drachen immer wieder auf die hand zu holen und dann wieder zu specialen und damit irgendwie blödsinn zu machen ist okay es ist ein fun deck aber das war es dann auch so machen wir den letzten pack weiter hier nochmal die priesterliche siegel ich glaube konami möchte dass wir priesterlich spielen phalanx ja der hat auch ein reaping nötig weil der war halt durch die dracheneinhalb karten so teuer das denkst du ja jetzt auch nicht das beste das kann halt spam wie sonst was aber naja es hat einen ziemlichen hype bekommen als da support rauskam auf jeden fall und äh ja dann nochmal den ja sonnendrache sonnen sonnendrache sonnenavalon und dann haben wir den xy ausbruch okay der karte ist okay aber dann die äh zeitregulierer jetzt haben wir einen regulator und als letztes das war schon die letzte alles klar habe ich übersehen gut ähm ja war jetzt nicht so viel das waren jetzt also ich sag mal relativ interessante karten sind hier das wie gesagt wir legen die aber gerade nochmal raus so hier evenly ist auch ja evenly war eigentlich der der bastard dragon der bastard dragon ist was anderes ja das muss ich jetzt alle karten da zeigen ja einfach ganz random reinschmeißen okay aber ja ist ist in ordnung ähm ja gut eine ghostwrap zu ziehen leute ist natürlich auch sehr unwahrscheinlich ich hab mal gehört dass es um die zwei prozent sein soll und ist halt nicht hoch also pro ähm packets ne ja also alle drei booster quasi naja ich sag mal das vorhergeset wo die ghostwrap kamen da konntest du jedem set oder jedem ding eine ghostwrap ziehen das war eine 100% geschnürzt ja ne muss ich bedenken was da konami ja geändert hat das ist schon klasse aber nicht so schlimm leute aber für alle die die bis jetzt dran geblieben sind ihr könnt ja mal erwähnen was eure lieblingskarte in diesem set generell ist als auch was eure lieblings ghostware in diesem set ist genau und zwar bei der verlosung ne da müsst ihr ja einen kommentar schreiben damit ihr da teilnehmen könnt und am besten schreibt einen kommentar mit hashtag ähm ghostfromthepast beziehungsweise die abkürzung ähm gftp genau gftp genau und dann mit eurer lieblingskarte ähm die teilnahmebedingungen bedingungen die sind auf jeden fall nochmal in der video beschreibung verlinkt und wir werden das alles halt mit dem random picker auf über im internet auswählen die zwei gewinner und ansonsten schaut nochmal beim ähm beim sponsor auf dem youtube kanal vorbei falls ihr da natürlich noch was gewinnen wollt ihr könnt ja dann wahrscheinlich auch zwei gewinnen also oder mehr packs als nur eins gewinnen ja vielleicht wäre er auf jeden Fall bei uns und auch mal bei ihnen das würde euch auf jeden Fall freuen und ansonsten ja haben wir ein paar coole karten gezogen leider keine ghostware aber so ist das nun mal es geht auch nicht alles aber auf jeden Fall war es das soweit Leute von dem opening ich hoffe euch hat das gefallen und hast du noch was? ja bis her alles soweit gut dann ja wünschen wir euch natürlich viel glück bei dem ähm gewinnspiel und wir sehen uns beim nächsten video Leute ciao ciao ja ne